Wir erhoffen uns einen positiven Effekt, dass wir noch mehr auf uns aufmerksam werden, dass wir auch bekannter werden durch die Nomination. Ja, das und ... Dass auch unser Konzept mehr herauskommt und dass es von den Leuten verstanden wird. Also nicht probieren, wir haben das Gemüse im Vordergrund und das Fleisch als Beilage. Und dass wir saisonal, lokal und regional arbeiten, ja. Bis zum Abend.